Die Wahrscheinlichkeit einer nächsten Corona-Welle in Deutschland scheint aktuell gering. Doch es gibt Warnungen vor einer neuen Variante, die in Indien grassiert. XBB1-16 oder Acturus ist eine rekombinante Untervariante von Omikron und leicht übertragbar. Die Infektionszahlen stiegen in Indien innerhalb von 14 Tagen um 281 Prozent, so der indische Experte Vipin Vashishta, der auch Mitglied der WHO-Vakziengruppe ist, in einem Twitter-Post vom 17. März. Ihm gegenüber steht ein anderer Experte aus Indien. Laut Dr. Randeep Guleria, dem ehemaligen Leiter der Covid-Taskforce in Indien, bestehe kein Grund zur Sorge. Die meisten Fälle seien nicht schwerwiegend. Es brauche lediglich angemessenes Verhalten, um die Ansteckungsgefahr wie bei anderen Varianten einzudämmen, zitiert die Deutsche Apothekerzeitung den Wissenschaftler in einem Online-Bericht. Ansteckungen mit Acturus wurden mittlerweile auch in den USA entdeckt. In Österreich und Deutschland ist die Variante ebenfalls aufgetaucht.